Ich heiße nicht umsonst nach... Ne? Weißt Bescheid. Ähm... Ja. Ja, ist sowas leicht? Hallo, ich bin kein Mensch. Aber du hast ein Mensch im Namen. Ja, ich bin das Licht von einem Menschen, oder? Das ist gut. Siehste? Zu viel Mensch. Ich meine in den Kerne entstammen Taschenrechner, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar Subtei... Oh, geil! Das Dunkle dahin? Weil you need that speed. Ich oder du? Du. Weil Portal hier, Portal da von dir. Bitte. Achso. Auf der anderen Seite dann noch, vom Blauen. Also, hier findet auch ein Portal von dir. Fast. Hier, Portal von dir noch. Fast. 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 What are you doing? Das, was du mir sagst. Hier, brauchen wir noch ein Portal hin. Und da ein Portal. So. Nimm dir ein anderes. So. Schön ungleich. Schön ungleich. Schön ungleich. Das ist auch schön schräg laufen. Warte, ich setz dich richtig. Jetzt läuft er rückwärts, ey. Ah, I see. Mal schauen, ob ich so genug Tempo drauf kriege. Was ist das? Fast. Ich muss es erst aktivieren und dann Portal setzen. Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das? Arbeitsamt. Lauf richtig. Oh, I see, I see, I see, I see. Würfel, Würfel, Würfel! Du hast echt'n scheiß Timing, Mann. Und unten ist übrigens Wasser. Ah, no shit, Sherlock. Oh, ne? Ah, ne, ist schon richtig. Äh, was muss ich mich jetzt setzen? Das Blaue? Das Blaue. Das Blaue von den Blauen. Okay, lauf, lauf vor den Rüst. Sehr gut. Nein, aus. Ey! Hä? Nicht seit wegen der Menschen. Nicht alle sind Monster. Die meisten sind gute Testsubjekte. Ich glaube, auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa... ...ein Monster. Die ist doch... Die waren doch schon offen! Die ist doch offen! Was machst du denn? Was machst du denn? Hä, dich treu! So. Die letzte Testkammer! Ja Mensch! Und die größte! Ja Mensch, wir haben noch 16 Minuten! Wir haben innerhalb der fünf Minuten alle beiden Testkammer geschafft! Unglaublich! Ja, wir sind für zwei Stunden. Voruss... Vier Minuten. Zwei Stunden... Vier, 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 vier... Man muss doch dran denken. Es gibt Kurdids. Ja, ja. Da gibt's Pro... Extralänge. Überlänge. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung Die Tür öffnet sich nicht Obwohl ich den Code eingegeben habe Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten Au, au, au Danke Konnte ich mir irgendwie schon denken Drück mal Danke Oh Fast Und da noch, ne Sieht aus wie ein Dünnfisch, äh, vielleicht da oben noch Ne, lieber nicht, lieber nicht, nein, sonst geht das da weg Ach, es kommt eh wieder, ok, komm, mach Hi Hi Yes Das war nur die erste Hälfte Oh Erste Hälfte? Erste Hälfte Erste Hälfte Erste Hälfte Hier ist ne Portalfläche Und Okay, das sind keine Mach mal hier Portal hin Ach so Da Ach, und da unten Und hier Hä? Da 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 Kommen wir hier durch Und in einen Hiperfate Oh Oh Jetzt sind wir in der Hälfte Na Na Hälfte Hier kommen noch zwei Testkammern, zwei große Einmal da lang und einmal da lang Gehen wir dran lang Das sieht freundlicher aus Äh 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 Pfff Bastard Pfff Fast Hm Hälfte Stimmt da nicht Du sollst dich da oben auf die Wand stellen, man Ah, verdammt Es hätte fast geklappt Hä? Fast Okay Also Pfff Es 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 Oh Was machst du denn? Um ankommen Ah Ich seh dich Hi Ähm Mir hängt hier so ein Ring in der Luft Was? Ein Ring Ein Ring? Ein Ring? Ja, ein Ring Wie ein Ring Also hier so ein Portal Ring Hier so Okay Du müsstest da oben irgendwie an ein Hier ist ein Cube Aber ich glaub ich brauch Speed Soße Und zwar Achso, du musst machen ja natürlich Genau Danke Äh Pfff Oh, es hat geleckt Ich glaub den Part mach ich, weil der ist ganz schön knifflig Da drüben Oder willst du ihn versuchen? Was muss ich machen? Rüberspringen Oder so Rutschen die? Tatsache Äh, es ist Pfff Ah, ich muss da hin, okay Oh ne, du musst da hin, oder? Ne, du kannst auch hier hin Achso Seh schon Ah, der muss runterrutschen oder was? Ja Und die beiden sollten dann hier am besten hier oben sein Hier oben Ach da hinten, okay Seh schon Okay, ich leg hin fuckin See Okay, und ..Jetzt Muusszumbil Mussum Bäääääääääääääähä Enttäuscht mich nicht Findet die Tür zur Kamera Bis du doch da Also Ich bin wieder am Anfang Ah, du bist schon drüben. Ah, I see. I see what you did there, bro. Was macht der? Der Knopf macht da hinten irgendwas. Moment, noch mal. Da. Das macht die Sauce, oder? Ähm... Portal ist falsch. Ah, I see. Ich brauche einen Portal da. Äh, wo? Hier vorne? Unter dem... Und da oben. Fast. Der zeigt doch da nicht hin. Ach, da. Da. Ja, sagt er so. Denn... Der musst du überschreiben. Du musst dann hier auf den Schalter gehen, danach. Okay. Weil dann geht er dann die Fläche auf. Das ist... Das ist... You got it? Was ist... Ah, okay. Also stell dich nur mal hier auf den Schalter rauf am besten. Drückknopf. Drückknopf. Plupp. Was? Das war ziemlich schlecht. Nee. Reicht das? Ich glaube, das hat sogar... Ausgericht. Nein. Fast. Wir müssen die Turtles damit umhauen. Auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Die Kammer des Schreckens. Genau wie die Hose deiner Mutter. Und dann mal hier durch. Achso, ja. Wie wär's denn jetzt schon mal die Portale da sitzen? Hm? Du musst deaktivieren, ne? Voll der Arm auch gelauf, ey. Nein! Nein! Oh! Warum stopfst du mich denn? Wieso hast du mich gestoppt? Bullshit. Ach, wir kommen gleich alles bloß drauf. Hi. Hi. Oh, hui. Aua. Ist... eine Fläsche? A, Brotalfläsche. Fast. Fast. Ah, da hinten, ne? Was machst du? Ich kann da nicht hin. Ich kann mir doch meine eigene Portale nicht setzen. In einer Worte, ich bin zu vorn. Los, geh. Ähm, warte mal. Jetzt, weil du mir umsetzt. Ah, ne. Ähm. Da. Nicht. Ähm. Kannst da hin? Ah, ne, das bringt nichts. Oh. Dein Portalsypo ist wieder weg. Okay, in den Streifein? Nein. Mein Portal muss eigentlich noch da sein. In den Streifein hab ich gesagt. Ja, da freut er sich. Das Portal ist nicht mehr da. Bringt das was? Nö. Überhaupt nicht, ne. Komm ich da hinzu? Total pliss. Ach so, du musst nur nen Schalter drücken. Okay, ich bring mich mal um, ne? Ähm, wieso? Hallo? Fast geschafft. Jetzt enttäuscht mich nicht. Bei Töten schneller ging er zurücklaufen. Naja. Juhu. Oh. Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Hallo. Geschafft. Oh. Fünf Minuten haben wir noch. Oh. Cutscene. Oh. 1987. redemption. Ja. Scheiße. hat sich gelohnt. All diese Testsubjekte. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. Party Hard Bitches. Ähm, kommst du mir nur so vor, oder? Haben die da gerade hier GLaDOS Stimme mit nem Typ gemüt? Ich weiß es nicht, ganz am Anfang kann so komisch und dann wieder normal und dann... Ja, deswegen. Arbeitsamt. Oh, jetzt kommt Querds. Hoffentlich. Ein klein Tipp. Was da zu lesen ist, ist meistens lustig. Naja, unten links oder rechts da auf diesem Monitor. Einfach mal durchlesen. Jo. Oder wollen wir was vorlesen? Oh, können wir machen. So, immer abwechselnd. Ich fang an. Äh, Aaron Baber. Hä? Die Namen nicht. Wo steht, wo steht? Ah ne, GLaDOS sagt dir alles. Aber man kann ja mal drauf achten, was da also kommt. Kein Teamplayer. Hm, kommt mir bekannt vor. Ja, ne? Soziale Inkompetenz. Passt ja zu dir. Ist undistikliniert. Passt zu dir. Äh. Da warst du. Kannst mal sehen. Teil nie. Teil nie. Okay. Das könnte zu mir passen. Auch manchmal auch zu mir. Nie pünktlich. Das passt nicht zu mir. Kommt drauf an. Was? Wie war das? Ja. Halt mal die Fresse, ey. Oh, hafst Montage. Wer nicht? Montagsliebhaber. Schlampig. Das Beste kommt noch. Schlampig, ey. Hm, unsicher. Bei mir, danke. Ey, guck mal, das ist ein... Das ist so ein... Zauderer. Ähm. Weekly-Block. Mhm. Kryptisch. Eins der nächsten dürfte es sein gleich. Das Beste. Meiner Meinung nach. Immer zu spät. Bei den drei Kernen, ja. Okay, ja. Immer schlecht gelaunt. Okay. Nee, der ist es nicht. Märtyrer. Hi. Hi. Wollen wir denn nicht schon mal ein Statement zu diesem Spiel abgeben? Das Fazit. Aber warum nicht? Fangen Sie an. Ich habe Angst vor Nähe. Jo. Geiles Spiel. Macht Spaß. Und was soll ich sonst noch sagen? Ängstlich. Hm. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Aggressiv. Das mag ich. Ist auf jeden Fall ein tolles... Tolles Co-App-Spiel. 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 Schüchtern. Echt empfehlenswert. Das Geld. Und... Ja. Das nächste Projekt, was mit dem Typen da wahrscheinlich... Ähm... Laufen wird. Wird... Werden dann die... Alphabet-Custom-Maps werden. Unterschätzt Arbeitsumfang. Tun Sie alle. Hier gibt's auch Custom-Maps, ne? Ja, ja. Bewegt Lippen beim Lesen. Okay. Wenn ich ehrlich, mach ich manchmal auch. Ich nicht. Analphabet. Ja. Genau... Genau... Genau deswegen. Ohne noch ein fettes Teil. Kein Mitgefühl. Ganz schön viele Kugeln sind da drin. Eine. Eine riesige. Trüger. Cheater. Bieter. Laut Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Fast. Wir sind erst bei N. Oh. Perfektionist. Wo liegt das Problem? Genau. Hey, da bin ich. Oh, krass. Alles echt zu spät erst? Ich sehe ja. Oh, Alter Mist. Ob... Optimismus mit Erfahrung, ne? Was? Anst... Pyromani ist keine Krankheit. Anstifter war das eben. Überzieht Mittagspause. Bei den drei Turrets in den Packung. Ja. Ignoriert aktuelle Aufgaben. Nicht mehr lange. Oh. Das ist mein Liebling. Scheut Verantwortung. Okay. Bringt keine Arbeit zu Ende. Hm. Okay. Gut. Das reicht zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Oh. Äh. Also. Glenos Turrets. Ellen McLean. Wheatley. Stephen Merchant. Cave Johnson. Jake... Also das sind jetzt die hauptsächlich aus dem... Singleplayer. Ey, da sind wir. Hey. Wir haben den selben Sprecher auch, mein Gott. Ja, der hat wahrscheinlich nur... Programmiert. Okay. Hey, da ist, äh... Shell hieß die, glaub ich. Jo. Ich geh doch da. Still alive. Won't you gun ist das Lied hiervon. Und still alive vom ersten. Kann das hier auch von? Keine Ahnung. Hm. Da ist... Ein Ding. Da ist doch Mensch. ATI. ATI, aha. Dell. Falcon Northwest. Also Special Thanks. Havoc. Sam Gray. Jamie Hunsdale. For the credit of Earth. NASA. Wahrscheinlich noch vom ersten. Ähm. Singleplayer. Ach stimmt. Äh, da war sie. Thank you. For participating. In this. Enrichment Center. Activity. Confetti. Das ist aber die letzte Tüte. Das war's. Das war's? Ja. Das heißt, ist das Let's Play? Ist wohl vorbei. Außer es kommen noch ein paar Co-Hop-Maps. Mal schauen. Werden wir mal schauen. Ja, Ladewirtschaft. Okay. Ich glaub der lädt gerade. Oh, wir haben uns 3 Uhr morgens. Das hättest du jetzt nicht in der Aufnahme sagen müssen. Ach, warum? Dann schneide ich raus. Nee. So. Da sie alle Teststrecken abgeschlossen haben, wurde ihnen die Sicherheitsstufe C zugewiesen. Sie haben jetzt Zutritt zu allen Teststrecken sowie zu drei unserer 176 Pausenräume. So. Dann würde ich sagen. War's das von dem Co-Op-Projekt. Noch so viele Punkte? Okay. Und würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aua. Wir können hier versagen. Wir können hier versagen. Es ist nicht mal ein Test. Das ist nicht mal ein Test. Das ist nicht mal ein Test.